Mein Name ist Vera Vorstand-Lechner. Ich bin Assistenzärztin an der Universitätsklinik für plastische und rekonstruktive Chirurgie und arbeite für meine Forschung an der Universitätsklinik für Thoraxchirurgie und an der Universitätsklinik für Dermatologie in einer Kollaborationsarbeit. Wir beschäftigen uns mit der Bildung von Narben und hypertrophen Narben. Narben sind ein sehr großes Gesamtproblem in der Gesundheit und wir versuchen herauszufinden, welche Mechanismen, besonders Hypotrophe, das sind überschießende, oft schmerzhafte und juckende Narben, welche Faktoren diese verursachen und wie man möglicherweise Therapien entwickeln könnte. Narben sind ein universelles Phänomen. Fast jeder Mensch trägt eine oder mehrere Narben, aber für sehr viele Menschen bedeutet eine schmerzende, juckende Narbe eine entscheidende Einschränkung der Lebensqualität. An unserer Universitätsklinik für plastische Chirurgie ist das besonders bei Verbrennungsverletzungen ein sehr großes Problem und es gibt unzureichende Therapien. Es gibt vielfältige Möglichkeiten, aber bisher keine Möglichkeit zur vollständigen Prävention oder effizienten Therapie von besonders hypertrophen Narbenbildung. Die Identifikation von Angriffspunkten zur Therapie von hypertrophen Narbenbildung ermöglicht es in Zukunft, bestehende Narben effizient zu therapieren oder eine hypertrophe Narbenbildung von vornherein zu verhindern. Die MedUnivin steht für mich für Vielfältigkeit in der Medizin, in der Forschung, in den Möglichkeiten, die sich einem bieten, wenn man hier forschen darf und in den Möglichkeiten der medizinischen Ausbildung eine unglaubliche Vielfalt an Optionen, unglaubliche Möglichkeiten, die sich einem als Jungforscher oder jungen Arzt hier bieten. Mein wichtigstes berufliches Ziel ist es, eine gute plastische Chirurgin zu werden und zusätzlich die Erkenntnisse, die im Rahmen unserer Grundlagenforschung gewonnen wurden, irgendwann auch den Patienten zugutekommen zu lassen und sie tatsächlich zur klinischen Anwendung zu bringen. Mein Lieblingsplatz an der MedUnivin ist die Anna Spiegel Dachterrasse. Bei schönem Wetter ist es hier einfach wunderbar und der Blick ist unglaublich.